Hallo und willkommen zu Texas Chainsaw Massacre. Mein Name ist Felix und ich spiele Sonny. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Sonny ist der Überlebende, den ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger gespielt habe. Als allererstes habe ich ja ganz oft mit Anna gespielt und jetzt versuche ich sozusagen Sonny hochzuleveln. Okay, das schließe ich ab. Zack. Und dann würde ich mir direkt hier dieses Knochenmesser nehmen. Okay, genau. Was kann Sonny? Seine Kraft ist, dass ich meine Fähigkeit aktiviere und dann sehe ich Geräusche von Charakteren in meiner Nähe. Ich sehe nicht genau, ob das Geräusch von einem Killer oder von einem Überlebenden ausgeht, aber das kann man auch skillen, wenn man sozusagen die Kraft weitergelevelt hat. Momentan sehe ich halt nur Geräusche und das kann mir so ein bisschen helfen, die Killer zu umgehen. Hallo Anna. Genau, okay. Ja, ich mache mal hier auf. Also ja, er ist so ein bisschen ein Planungscharakter. Die Sache ist, ich habe ja jetzt sehr viel Anna gespielt und bin da gewohnt daran, dass sie halt auch sehr, sehr viel Leben hat. Sonny hat halt eher sehr wenig Leben. Okay, da ist Leatherface. Ich gehe wieder zurück. So, ich kann jetzt mal meine Kraft aktivieren. Ich sehe, okay, die kommt von da. Zack, schnell hier durch. Ich versuche dort abzuhauen und nicht im Wege zu stehen. Okay. Ich aktiviere nochmal meine Kraft. Okay, da hat sich jemand getötet. Ich hole mir vielleicht direkt einen Dietrich. Ich weiß, es macht laut. Ich weiß, Leatherface hört mich, aber ich komme hier nicht voran anders. Okay, Leatherface scheint dort hinten noch irgendwo zu sein. Dann öffne ich mal schnell hier das Schloss, dass wir schon mal zumindest einen Weg raus aus dem Keller haben. Okay. Ich spiele auch ein paar Perks von, äh, ich spiele auch wieder mit Perks. Ähm, ich habe mit klare Sicht. Das hat den Effekt, dass ich die vergiftete Gegenstände, Fallen vom Anhalter und Schlösser vom Koch, in einem gewissen Radius um mich herum sehen kann. Was sehr nützlich sein kann. Ähm, genau. Um auch nochmal so ein bisschen mehr zu planen. Wo gehe ich lang? Ich werde nicht in irgendwelche Fallen reinlaufen. Als nächstes habe ich Radarwarner mit. Hat den Effekt, dass wenn der Opa schreit, dann sehe ich die Auren aller Killer. Auf der Map und zwar, dass Perk aber auch nur eine gewisse, ah, da kommt der Anhalter an. Und zwar, dass Perk auch nur eine gewisse, ähm, Menge, wie oft man es nutzen kann. Auf Stufe 3 kann man es insgesamt siebenmal nutzen. Ich habe es jetzt auf Stufe 2 und da geht es insgesamt, ähm, so jetzt müsste ich hier theoretisch, genau, das, ne, ich habe gerade niemanden gesehen. Der Leatherface. Ha, das ist komisch, warum habe ich gerade nicht die Auren von einem gesehen? Vielleicht ist das Perk noch ein bisschen verbuggt? Aber gut, eigentlich hätte ich jetzt alle Auren sehen sollen, naja. Normalerweise funktioniert das Perk auch. Okay, ich hau ab. So, genau. Und als drittes habe ich, äh, Besser Flucht mit. Das Perk hatte ich schon mal mit Anna gespielt, wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Da sehe ich jetzt zum Beispiel die Falle vom Anhalter. Oh, da ist es hier. Da sitzt der Opa hier in dem Raum. Ich schleiche vielleicht mal ganz kurz hier dran vorbei. Verdammt. Da hat mich der Opa aufgedeckt. Ich hätte direkt töten sollen. Okay. Jetzt klebt mir Leatherface am Hintern. So, das hier mache ich vielleicht nur kurz zu. Zack. Dann muss Leatherface das auch noch zersägen, wenn er mir nachmöchte. Und dann gehe ich hier raus. Okay, der hat mich gefunden. Das ist nicht gut. Wie gesagt, ich halte nicht viel aus. Ich bin jetzt schon so gut wie tot. Ich habe extra noch das, was ich hatte, in Leben reingesteckt. Die ganzen Punkte, die ich hatte. Oh, verdammt. Ich werde auch gejagt vom Anhalter. Den hatte ich gar nicht gesehen. Oh, ich hing fest. Das ist blöd. Und da jagen die beiden mich jetzt. Okay, das mache ich zu. Okay, ich glaube, ich habe sie abgeschüttet. Zumindest zu halb. Ja, habe ich. Tatsächlich. Ich habe richtig viel Leben verloren, aber ich habe sie immerhin abgehalten von mir. Okay, da draußen ist Leatherface anscheinend. Der jagt jemanden runter in den Brunnen. Hier ist wahrscheinlich der Anhalter. Okay. Vielleicht warte ich, bis die da weg sind und dann haue ich dort ab. Aber ihr merkt schon, wie nützlich die Fähigkeit sein kann. Allein schon, weil ich... Und die Pirk sind auch ganz gut. Allein, weil ich jetzt die ganzen Fallen vom Anhalter irgendwie gemieden habe. Da ist anscheinend noch Leatherface. Okay. Das hier mache ich zu. Oh, verdammt. Ich habe es zugeknallt. Ich wollte es eigentlich Steffi zu machen. Da kommt wieder der Anhalter an. Na toll. Ich muss runter in den Keller. Wie gesagt, ich halte nicht viel aus an Schaden. Ich kann jetzt hier nicht bleiben. Oder versuchen, wieder ins Haus zu rennen. Das könnte ich mit Anna versuchen, aber nicht mit Sunny. Ja, wie gesagt, dass er so wenig aushält. Daran muss ich mich auch noch ein bisschen gewöhnen. Das mache ich vielleicht kaputt. Ich habe auch langsam... Ich habe kein Leben mehr. Das heißt, es kippt gleich um. Ich würde eigentlich ganz gerne... Ah, hier. Heilmittel. Na toll. Da kommt jemand gerade runter. Wenn die Person mich findet, bin ich tot. Okay. Okay, da kommt der Anhalter. So, hier durch. Der folgt mir jetzt. Äh. Wo ist er? Er kommt da noch an. Und er findet mich nicht direkt. Perfekt. Er geht wieder hoch. Gut. Dort hinten ist Sissi. Okay. Wer lebt... Es leben noch drei Leute. Okay. Es kommt zum Glück gerade niemand hoch. Das dort hinten ist Opa. Was ich jetzt vielleicht versuchen würde, wäre mal zum Kellerausgang zu gehen. Okay. Hier ist keine Falle vor. Perfekt. So. Das mache ich auf. Ich habe damit zwar meinen Dietrich verbraucht. Zack. Ich müsste jetzt halt eine Sicherung finden. Okay. Wo sind sie? Bisher nicht oben. Gut. Okay. Es leben halt zum Glück auch noch meine Teammates. Das ist nicht gut. Nicht aufbrechen. Bitte macht leise hier. Ich habe wirklich so ein bisschen Schiss, dass ich hier erwischt werde. Aber ich habe jetzt überlegt, vielleicht kriege ich den Kellerausgang auf. Okay. Okay. Opa ist schon Level 3. Höre ich jemanden? Es kommt. Es kommt gerade niemand hoch. Meistens spawnt halt hier oben auch eine Sicherung. Daher schaue ich hier oben direkt. Meistens spawnt halt hier oben irgendwas nützliches. Aber ich sehe zumindest leider gerade auch nichts. Wenn ich Pech habe, ist das alles unten beim Opa. Okay. Opa ist Level 4. Da haben wir Sissi, die mich fast direkt sieht. Was machen eigentlich meine Teammates? Zwei Leute leben noch. Es wirkt schon fast so, als wäre Sissi AFK. Ne, jetzt geht sie. In die Richtung. Ah, da ist Leatherface. Da ist der Hitchiker. Okay. So, zu. Da ist eine Falle vom Anhalter. Mein Perk habe ich aktiviert, um damit wieder volle Ausdauer zu bekommen. Okay, hier ist halt alles noch zu. Oh, da ist es. Okay. Ich glaube, das war es jetzt mit mir. Wie gesagt, ich nehme richtig viel Schaden, wenn ich geschlagen werde. So. Das schenkt mir vielleicht noch mal eine Sekunde, um abzuhauen. Wer jagt mich? Nur Leatherface? Niemand mehr? Okay. Tu mir vielleicht mal einen Knochensplitter. Damit könnte ich zumindest jemanden abwehren, der mich angreift. Okay. Opa schreit wieder. Dort oben sind sie. Okay, dort hinten haben wir noch Julie, die lebt. Ich finde halt, das Familienhaus ist eine sehr schwere Map für Überlebende. Ja, ich muss diese Falle entschärfen. Anders komme ich nicht durch. Okay. Hier fehlt mir halt ein Dietrich für. Hätte ich mal unten vielleicht ein Dietrich gefunden. Ich schaue nur kurz. Vielleicht hat das hier schon jemand aufgemacht. Nee, sieht schlecht aus. Ich müsste reingehen, mir ein Dietrich holen. Aber viel Spaß mit drei Killern, die da noch rumrennen. Okay, da haben wir Julie. Die hat da gerade was zerstört. Oh, das ist gut. Das habe ich gar nicht gesehen. Das nehme... Und ich wurde vergiftet. Ah, deshalb habe ich den Ventilgriff da auch gesehen. Weil der vergiftet war. Von Sissi. Los, komm. Damit mache ich zumindest hier Druck. Okay, kommt jemand her. Wirkt gerade nicht so. Jetzt muss ich nur irgendwie es schaffen, zum Pumpenausgang zu kommen. Ich glaube, es schade nicht, wenn ich mir einen Dietrich mitnehme. So, Leatherface ist anscheinend auch in der Nähe. Aber ihr merkt schon, man kann ganz anders spielen, wenn man dann die Auren beziehungsweise die Lautstärkepegel der anderen sieht. Okay, das öffnet sich jetzt langsam. Meine Hoffnung ist, Großvater ist auf dem Höchstlevel, das ist nicht gut. Okay. Meine Hoffnung war, dass sie vielleicht zum Ventilausgang gehen, die Killer. Und ich dafür dann hier durchkomme. Sie haben Opa abgestochen. Okay. Offen. Jetzt könnte ich doch theoretisch hier rumlaufen. Da langlaufen. Und hier vorne links sollte der Ventilausgang sein. Das ist nicht gut. Oh, ich werde sterben. Okay, schade. Oh, ich muss hier rein. Okay. Ich hatte halt auch kein Knochen mehr, so mit ihr zu kämpfen da irgendwie. Nehme ich mir vielleicht jetzt nochmal schnell eins mit. So, zack. Okay. Das zu hinten ist halt, wie gesagt, offen jetzt, ne? Aber ich brauche wieder Heilung, ansonsten bin ich Gemüse, sobald ich hochgehe. So. Ich meine, mein Leben geht auch immer weiter runter. So. Zack. Geheilt. Okay. Frage ist, brauche ich nochmal Dietrich? Ich nehme hier nochmal ein. Ich mache jetzt einfach laut. Ich meine, die sind eh alle oben. So, hallo. Ich wollte nur nicht, dass sie meine Aura sieht. So, mein Zustand verschlechtert sich, nicht? Das ist das Herz unten rechts. Damit habe ich jetzt sozusagen die erste Phase meines Herzes schon aufgebraucht. Leatherface damit wieder Blut. Okay. Damit ich hier rauskomme, muss ich halt... Ah, ne, die Falle ist noch zerstört. Perfekt. Ich muss nur hier lang gehen. Coasefader ist wieder... Ah, ne, Coasefader ist wieder auf Maximum Level. Okay. Okay, da hinten kommt auch Leatherface an. So, er hat mich hier gesehen. Ich schaue mal, dass ich mich vielleicht hier hinten hin bewege. Um im Zweifel hier den Batterieausgang zu öffnen. Ja, Coasefader ist auf maximalem Level, daher sieht er mich ständig. Ich kille mich damit natürlich auch. Was für eine stressige Runde. Aber ich bin froh, dass ich zumindest ein Weilchen durchgehalten habe. So. Da kommt auch Leatherface direkt schon an. Leatherface, hau doch bitte ab. So. Hier durch. Das nehme ich mir vielleicht ganz kurz mit. Die Heilung. So. Hier durch. Der hält mich hier einfach. Der wartet, dass ein Teammate kommt. So. Okay. Ich muss wegkehren. Er macht es jetzt dort kaputt, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, lang haben wir denke ich nicht, bevor Sissi kommt. Glaube nicht, dass ich es bis zum Ventilausgang schaffe. Dafür fehlt mir gerade die Ausdauer. die Sache ist, ich kann jetzt auch nicht mal das Knochenmesser nehmen. Der Ventilausgang ist auch schon wieder zu. So, komm. Töte es. Nein, Leatherface nicht. Noch nicht herkommen. Okay. Wenn man gerade in einer, in so einer Animation ist, in so einer Kampfanimation, kann einem der nächste Killer direkt töten. Ich hatte die Hoffnung, dass Leatherface nicht schnell genug ist. Okay. Ja, der Ventilausgang ist schon lange wieder zu. Aber ist ja klar, der war jetzt eine halbe Ewigkeit offen. So, die Sache ist, ja. Julie kämpft nochmal. Aber, sie verliert. Ich glaube, Julie hat auch nicht so viel, so viel Stärke. Standardmäßig, außer man skillt das. So, na gut, okay. Wir haben trotzdem es versucht. Aber, ja. Es war gar nicht so einfach. Es ist halt auch ein Problem, wenn halt auch die Teammates schnell, na ja, relativ schnell sterben. Gerade, ich glaube, einer ist ja direkt schon im Keller gestorben. Da kommt man dann nicht so wirklich gut dann weit, weil dann fehlt, fehlt halt die Ablenkung, die die Killer halt irgendwie beschäftigt hält. Na ja, trotzdem gute Runde. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 – Tschüss. – Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020